Daniel, du warst am fast 1 zu 0, was nicht gegeben wurde, beteiligt. Kannst du sagen, inwiefern? Ja, ich habe ein Foulspiel begangen im Mittelfeld. Schiri hat es nicht gesehen. Daraus folgendes ist das Tor gefallen und dann kam er nach dem Tor zu mir und hat mich gefragt, ob ich ihn getroffen habe. Und ich habe ihn ganz klar getroffen. Dann habe ich halt ja gesagt. Wie schwer ist dir das gefallen? Es ging ja schließlich um alles und da ist es wahrscheinlich schwierig, dafür ein Play walten zu lassen. Ja, ich habe eigentlich nicht überlegt. Ich habe direkt gesagt, wie es war. Er hat mich gefragt, er kriegt eine ehrliche Antwort von mir. Es geht halt Fäbler immer vor in dem Moment, auch wenn es so viel ging. Also von der Mannschaft hast du keinen Druck oder so bekommen? Nein, die Mannschaft kamen direkt zu mir und haben gesagt, sie stehen alle hinter mir und das ist für mich jetzt auch das Spiel gewinnt. Und so war es dann auch. Es hat sich ja dieses Parplay dann ausgezahlt am Ende. Ja, genau. Wie ich gesagt habe, wir haben alles gegeben und haben dann mit zwei Toren, denke ich, auch verdient gewonnen. Klar hatten wir auch mal Glück, aber es gehört dazu und insgesamt geht es in Ordnung. Kannst du präziser sagen, was heute die Entscheidung gebracht hat? Der Wille, der Kampf. Es war ein 50-50 Spiel, Gegner war stark, hat uns alles abverlangt. Aber wir waren da, wo uns darauf angekommen ist und haben zugeschlagen und dann haben wir mit 2-0 gewonnen. Was geht Ihnen da vor? Nix, Freude. Am Dienstag fliegen wir mit der Mannschaft nach Ibiza und das ist natürlich jetzt Wahnsinn. Jetzt gehen wir heute auch ordentlich feiern im Clubhaus. Freude pur und dann arbeiten wir schon wieder in der Vorbereitung an nächster Saison für Warnflieger. Du hast die nächste Saison angesprochen. Was kann man da erwarten? Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben persönlich und was die Mannschaft angeht? Ja, wir haben nächstes Jahr eine richtig starke Mannschaft und haben einstellig einen Tabellenplatz im Visier und das werden wir auch schaffen. Daniel, ich danke dir vielmals für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss.